Ähm, heyho, Leute, willkommen zu einem absoluten Kracher des Spieleunternehmensund, und zwar den Rettungshubschrauber Simulator, Serge, Serge and Rescue, oh Gott, ähm, ja, wir spielen ein Simulator, und ich habe keine Ahnung von nichts, ich habe es mir gerade angeguckt, das heißt angeguckt, ich habe einmal auf zum Hangar geklickt, oder die Option angestellt, und wir gehen einfach zum Hangar, denn, äh, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, Oh mein Gott, oh mein Gott, da läuft es jemand, und Mensch, ist die Maus entweder viel zu langsam, oh, guck mal, ich will beenden, ich kann nicht laufen, okay, ich dachte, ich könnte laufen, was haben wir hier, Mission, Menü, Erste Flugstunde, jetzt bin ich gespannt, also jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, hier, was ist, da warten wir durch diese tolle, äh, Ausflug, oh man, Spiel habe ich, äh, freundlicherweise von Lorfox, äh, bekommen, Nein, ich, ich freue mich total, das war, das war, das war Spaß, ich freue mich nämlich richtig, hier steht nämlich, acht unterschiedliche Hubschrauber, 45 verschiedene Missionen, über 200 Kilometer Gelände, äh, Quadratkilometer, ja, wechselnde Wetterbedingungen, benutze die Maus, um dich umzuschauen, wer ist hier, um sich zu bewegen, óh, hey, hey Sie, welches Jahr haben wir, ey, man kann Springen, na, kann ich mit dem reden, ey du, ah, dann nicht, kann ich sprinten, oh ich kann sogar Sprinten, w ley, ich, 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 brauche gar kein Fahrzeug mehr, Alter geht der ab. Ehe, zum Einsteigen. Ehe, um Motor zu starten. Oh. So, kann ich das Ganze denn mit dem Game-Patch steuern hier? Oh. Oh mein Gott. Oh. Es geht. Okay. Was? Was? Was passiert hier? Labert doch nicht alle dazwischen. Oh. Ich bin der besteste Helikopterflieger, wo gibt. Ich will gar nicht. Reicht. Hallo. Banking. Ja. Soll ich jetzt wieder landen? Ich versuch's mal. Warte mal. A und D ist einfach ja. Okay. So. So. Hier. Hoi. Okay. 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 Wir landen. Ich. Ich sollte vielleicht ein bisschen. Ein bisschen vorsichtiger landen. Oh. 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 Nein. Okay. Ich versuch's nochmal. Ich würde gerne angezeigt bekommen, was man als Gamepad-Spieler machen muss, denn ich spiele ja lieber mit Gamepad. Wo ist E? Da ist E. Drücke R, um den Motor zu starten. Okay. Habe ich auch gefunden. Oder? Nee. Okay. Dann machen wir das auf der Tastatur. So. Warte, bis der Motor, die höchstumdrehungsteile erreicht hat. Okay. Okay. Cool. Drücke W, um abzuheben. Ja, okay. Ich kann das ja mit dem Gamepad hier machen. So. Die blaue Linie zeigt mir, auf welcher Höhe ich bin. Ja, okay. Reicht. 18 Knoten. Ui. Ups. Okay, bis wir hier... Leute retten, dauert es wohl noch eine Weile. Okay. I got this. Steig ein. Oh, guck mal. Uh. Das gefehlt mir doch mehr hier. Cockpit. Äh. Obwohl, will ich das wirklich? Wehe um abzuheben. Wehe, Mann. So. Deine Höhe wird auch da solid dargestellt. Ja, ja, ja. Okay. Um den Schwerbeflug zu aktivieren, muss die Geschwindigkeit weniger als auch den Knoten mittragen. Ja, gut. Genug Schwebeflug. Ich würde gerne wieder gerade fliegen. Stellt euch das mit einer Oculus Swift vor. Das wäre doch cool. So. So, und jetzt landen, glaube ich. Vorsichtig landen wir. Gänselagen ist ja... Los! Landen wir? Ich glaube wir landen. Die Frage ist, wo wir landen? Ich glaube, hier sollten wir nicht landen. Also, flieg! Ich soll... anscheinend noch da irgendwo fliegen. Da, zu weit, zu weit, zu weit. Hoi! Okay. Ich glaube, das sollte ich lassen. Ja, 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 ist gut, ist gut. Ich habe alles im Griff, glaube ich. Nicht? Mann! Ich blöde hier einfach rum. Ha, ha, Flugrichtung zu ändern. Ich bin gelandet! Und jetzt schnell abbremsen. Habe ich jetzt gewonnen? Und aussteigen. Wieso drehe ich mich automatisch? Äh. Äh. Ich rutsche runter. Und drehe mich automatisch. Dabei. Okay. Also, wieder rein. Verdammt! Fliegen wir halt ein bisschen nach vorne. Und dann? Ja, komm, spiel. Jetzt gib mir doch mal Anweisungen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Erstmal Motor ausmachen. Ach, nö. Wie habe ich... Sagt nichts. Ich will nichts hören. Mann. Warte mal, da ist ein grüner Punkt. Vielleicht muss ich ja da hinfliegen. Ich versuch's mal. Es wurde mir zwar nicht gesagt, aber man kann's ja mal versuchen. Ach, so. So, auf zum grünen Punkt. Ich seh, der ist auf der Karte. Da ist ein grüner Punkt. Auf geht's. Ja. Also. Von dir aus kam ich doch, ne? Da, ja. Steht nach vorne. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich hab noch alles okay. Ich hab noch alles unter Kontrolle. So. Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, aber wir landen jetzt einfach. So. Schluss mit Lustig. So. 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 Nein. 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 Ach, leck mich. Ich such jetzt eine andere Mission raus. Komm. Da. Hier. Wir machen jetzt einfach eine Mission. Mission wählen. Mission starten. Ähm. Welchen Heli nehmen wir? Ach so. Den muss ich noch freischalten. Den auch. Den auch. Den auch. Oh. Den kann ich nehmen. Jawohl. Oh. Warum ist da denn auf einmal ein Schwarz? Egal. Los geht's. Und diese Musik ist hochdramatisch. Hochdramatische Musik. Jemand ist verbrannt. Glaube ich. Ein Flugzeug ist abgeschützt. Find and transport the survivors. Fly close, so that the rescuer can pick up the survivors. Es geht um Leben und Tod. Lass mich rein. Motor starten. Cockpit. Fliegen. Fliegen. Flieg. So. Jetzt erst mal hochfliegen. Hier komm. So. So. Okay. Okay. Reicht. Du wirst es auch da. 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 Okay. Ich krieg das hin. Komm. Schnee. Wir müssen höher. Oh Gott. Dramatik. Ich glaub das macht mein Herz nicht mit. Okay. Ich glaub die Höhe ist jetzt okay. Und jetzt heißt das nur noch geradeaus. Freie Bohr mit Mortiborn hier. Da kannst du mal kicken. Ich mein natürlich, dass du es schaffst. Warum senken wir? Los. Hör. Diese Spannung. Oh mein Gott. Rettungsschubschrauberpilot. Ich hier zur Stelle. Äh. Hui. Okay. Okay. Nein. 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 Nicht in die Bäume krachen. Am besten nicht in die Bäume krachen. Okay. Noch. Nur noch ein Kilometer. Oh mein Gott. Diese Spannung. Da. Da ist ein Hilfesignal oder so. Oh Gott. Vielleicht sind wir da. Die Frage ist, was wir jetzt tun. Okay. Okay. Ich. 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 Ich bremse mal ab hier. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. So. Ganz langsam jetzt. Ganz langsam. Ganz langsam. Oh. Das ist mir ein bisschen zu. Ah. Nein. Nicht wieder abheben. Ich will dich doch retten. Nein. Flieg wieder dahin. Bitte. Oh. Nein. Nein. Okay. 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 Landen. Langsam landen. Langsam landen. Langsam landen. Scheiße. Warum. Warum hast du. Egal. Menschenleben. Ich brauche Hilfe. gott ich will so schlecht die musik vor allem ich will den soundtrack haben okay 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 ich weiß ich sollte was nicht machen im wald geht es hier um menschen lieben so so hier gott die musik ist echt ne also die 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 packt einen so richtig hier ins feeling wieso sind wir eigentlich schon wieder so schräg wir gerade fliegen so ach guck mal das ist mir noch gar nicht aufgefallen vielleicht musste ich das noch vielleicht sollte ich das ja machen wir müssen hier runter also bremst nicht mal die drehgeschwindigkeit hier ab so so jetzt sind wir gerade und wir gehen ganz langsam nach unten ihr seht das ja alle ne es passiert nichts wir sinken nur halt ein bisschen langsam so so sind wir auch wieder auf der blauen linie hoffentlich funktioniert das wir sind gelandet immerhin so lass mich aussteigen wir sind die menschen wir sind die menschen hallo ok ich glaube ich glaube wir machen noch mal die die alte musik bitte ich versuche es einfach noch mal mit dem tutorial gott die musik ist anstrengend wir versuchen es noch mal mit dem tutorial motor starten so dann steigen wir nach oben meine höhe wird barometer dargestellt ja es reicht an höhe mit h ad also wahrscheinlich das hier aber wo es haar beim gamepad aha um geschwindigkeit zu erhöhen neige den hubschrauber vorsichtig nach vorne je größer die neigung ist desto mehr kraft wird benötigt guck mal so weit waren wir ja gerade mal nicht um zu landen gehe in der schwebeflug beobachte die seitwärts geschwindigkeit ja lande den hubschrauber sanft vermeide die geschwindigkeit in den jahr so 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 und jetzt sanft landen so ist das tool obwohl wir können auch ein bisschen abbremsen hier denke ich mal ja komm jetzt landen die jetzt sind das ding los so ja diese spannung vor allem guckt euch mal das rad an also diesen geschwindigkeitsmesser oder was das auch sein soll so sanft gelandet das hat sie jetzt total gebracht total also wirklich total oh man und ich 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 ja auch nie scheiße ein flugzeug ist abgestürzt find and transport the survivors fly close so that the rescuer can pick up the survivors und es regnet das 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 so wieder rein okay okay habe ich keine scheibenwischer oder was so so wir gehen nach oben wir sehen uns dabei ein bisschen weiter und jetzt wollen wir nach vorne wie das schützt unglaublich ich flieg du kacke helikopter high speed so sind wir gleich da heißt ich kann dich schon ein bisschen runter nehmen aber wir sind drüber geflogen ups okay ich glaube ich alter hat schüttet nein nicht hängt der nein so 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 jetzt sind wir da hier jetzt sind wir genau da wo wir sein sollen guten tun so und jetzt gehe in eine gute ausgangslage so und jetzt können wir landen ganz langsam ähm ich will trotzdem da hinten landen das ist mir bewusst so so ja sie sind zu hoch das kriegen wir hin das kriegen wir hin so 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 die frage ist wie mache ich jetzt das seil das wurde mir nicht gesagt hier im dass es das ist aber so hat das ist so Was tue ich hier eigentlich? Guck mal, da sind die Überlebenden. Ich sehe euch. Ja. Oh. Was zur Hölle tust du, Junge? Oh, oh. Der wird sowas von verrecken. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Alles gut, alles gut. Oh, 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 oh. Wieso kann ich da nicht einfach landen und die Leute so aufheben? So, 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 so. Nein, 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 ich will... Ja, ich will ein bisschen niedriger, ist gut. Wo sind die hin? Da! Da! Oh, 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 oh. Aufdreht! Ja, geht da hin. So, 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 ganz langsam, wow, der wartet so aus seiner Rettung und dann so, oh was, scheiße, ja, 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 fuck. Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ey, das ist doch jetzt nicht der Herr. Oh, das Spiel, ich glaub, oh Gott. Sie vertrauen in AK Airlines, wir bitten um Respekt. So, flieg, flieg und sieg, bring mich zum Fleisch. So. Ob wir vielleicht auch ein Looping hinkriegen? Ja, na, ah. Kriegt man hier nicht mein Looping hin? Ich glaub's ja nicht. Ich will zumindest noch eine andere Mission sehen. Denkern doch, tankern doch, tankern doch, tankern doch, tankern doch. So. Wir kommen mit euch zu holen, äh, retten! So. So. So, langsam runter. Langsam runter. Denn hier sind sie irgendwo, die Menschen. rein. So. Langsam und vorsichtig sinken wir. So. 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 Das reicht mit sinken. So. 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 Stopp. 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 Noch ein bisschen. So. So. Nein, 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 ein bisschen zurück. Oh Gott, oh Gott, das geht doch nicht gut bei mir hier. Okay, 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 okay. So. So. Ein bisschen zurück. So. Oh. Ja. So, da ist noch einer. Wie enttäuscht der war. Die sind zu niedrig. Ja, komm, fliegen wir ein bisschen höher. Nein, 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 nein. Oh Gott. Alter. Okay, okay, okay. Okay, okay. Vorsichtig. Oh. Wie das ja am Schaukeln ist. So, nimm ihn jetzt. Oh, geil, wir haben es geschafft. Ja. Endlich. Ach, ist das schön. Auf geht's. Zum Hospital. Äh. Diese Spannung. Wir haben die ersten Leute gerettet. Alter. Boah, habt ihr Glück, ihr seid so in einem Krankenhaus abgestürzt, was ist, dass man euch hätte mit einem Auto dorthin fahren können, weil weil hier auch so flachland ist, aber nee, hier, Helikopter einsatzen, äh, 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 guck mal, da unten ist sogar der Farm-Simulator. So, alles ist hier vor. Alles ist hier vorgesorgt. So. So, 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 lande auf der Markierung. Ah, ich mache erst mal wieder das hier an, weil das ist eigentlich ganz praktisch. So. So, da hinten muss ich hin. So. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Ein bisschen schneller. Äh, ja. So, jetzt muss ich die Neigung wieder ändern. Und jetzt langsam. Langsam, aber stetig. Oh Gott, wir sind schon so weit, ich bin jetzt nicht verkacken. Oh Gott, das, das wird schief, wenn ich jetzt noch komm. Oh, nein, 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 nein. Ja, ja. Nein, ja. Oh, 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 oh. Jawoll. Ja. Ja, ich habe es geschafft! Und jetzt zurückfliegen. Dö, 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 dö. Ich bin doch ein richtiger, ein richtiger Superheld. Mit Superkraften und so. Oh Gott, dieses Spiel. Okay. Fliege und sehen wie ein Elefant mit Spiesenohren. Gen Gen Gen, kannst nicht mal. Yeah, hast du ein bisschen geschafft. Ach, erste Bisschen, oh da, da wird mir halt schlecht. Helge, Helge, halt die Fresse. Ich will ein bisschen feiern, lass mich. So. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, sicher an der Basis zu landen. So weit, so gut. So. Mehr Leistung brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Halt die Schnauze. So. So. Ui. 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 So. So Jetzt müssen wir erstmal Zur Markierung So So Da sind wir auch schon Über der Markierung Und jetzt langsam runter So Das ist ein bisschen schnell Wir fallen nämlich ganz schön schnell Muss ich mal anmerken Wir fallen hier ganz schön schnell So Oh Gott Oh Gott Das geht nicht gut Wir haben die erste Mission geschafft Sag mir nicht Jetzt sag mir bitte nicht Das ist dir nicht nah genug Okay Ähm Dann Ja Tohl So So ein bisschen nach vorne Los rob dich nach vorne Rob dich nach vorne So Und Motor aus Da guck mal Perfekt Da kann man nicht meckern Wunderbar Jetzt haben wir unsere erste Aufkommen geschickt Alter Scheiß Heli du So wo ist der Hang Also wo müssen wir jetzt hin Da Ja da hin Und jetzt sind wir wieder hier Passt ja Wo gibt's Probleme Mission 2 Eine Yacht ist gesunken Nein Kann ich auch einen anderen nehmen Ich kann den auch nehmen Ich kann den auch nehmen Okay Dann nehmen wir den So Ja Ein Yacht hat gesunken Find die Survivors Auf dem Kost des Isles Ja Der Blinkungsmarker zeigt die Location des Incident Boah Okay Los geht's Genau Genau Wie er heißt Wir müssen Menschenleben retten Menschenleben Los geht's Los geht's Los geht's Okay Fred Gustav Wir müssen Menschenleben retten Los geht's Los geht's Okay Los Schneller 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 Go Go So So dumm wie die letzte Crew sind wir nicht Ne Die einfach nach vorne Übergekippt sind So Und jetzt Probleme Ich löse sie So Gut Auf geht's Auf geht's Tenkenkel Verdammt Ich will kein Tenkenkel Tankierlast ist doch viel cooler Okay Oh mein Gott Ich glaube ich sehe schon die Unfallstelle Nein Motorschaden Kleiner Spaß Aber wir werden nachher noch gucken was passiert wenn man ins Wasser fällt Doch zuerst Menschenleben retten muss So Oh mein Gott Oh mein Gott Tenkenkel Oh mein Gott Oh oh Scheiß Okay Das war Ähm Ja Ich wusste jetzt nicht dass wir so schnell fallen würden So Rettet die Yacht Die Menschen gehen unter Rettet die Yacht Los Okay 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 Zum Glück ist es ja nicht weit Oh mein Gott ich sehe die Yacht Da hinten ist sie untergegangen Okay Okay Ich glaube wir sind gleich da So Okay Okay So Jetzt heißt es erstmal hier Flug stabilisieren So Flug ist stabilisiert Oh wir müssen weiter nach da Da Gagel Wir müssen weiter nach da Weiter nach da Hop hop Schnee Schnee Es geht um ihn schön So Hier soll es sein Das heißt hier stabilisieren wir wieder Damit wir auf eine gute Höhe kommen Cockpit Cam Die uns ein bisschen Nerven würde So weil damit können wir nicht gucken wo unser Typ da unten ist Das ist ein bisschen doof Okay Okay Hallo mädchen So mal ein bisschen schneller Hier Mal ein bisschen schneller hier Okay Den Fall Den Fall wieder abbremsen Ich würde mich halt gern umgucken können Aber es geht nicht Das geht nur hier Und dann sieht man auch nicht wirklich viel Naja Ach guck mal Hier ist die freie Kamera Okay Langsam Männchen Wo seid ihr Wo seid ihr So Euch werde ich retten So 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 Okay Okay Ja Ja Ich sehe euch Nein Nein Stabilisieren 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich gehe mal wieder in die Kamera. Oh, Posi. Das wäre beinahe schiefgegangen. So, so, so. Langsam, langsam. Ah, langsam runter. Was soll er? Wer spielt hier an den Hebeln? So, 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 langsam runter. So, schön stabilisieren. Gut. Ja, langsam runter. So. Ist okay. Ist alles okay. So, ich habe die doch gefunden. Da hinten ist ein Haar für halten. Ach, guck mal. Jetzt kommen sie hier rein. Aber gerade ging es nicht, ne? Mhm. Okay. Bis jetzt ging es nur darum, Menschen zu retten. Ich hoffe, da findet man gleich auch noch was anderes. Zum Beispiel Baby-Robben retten, die gestrandet sind. Oder, oder, oder... Oder ein Feuer, was man löschen kann. Aber aber nicht immer Menschen retten. Das ist doch langweilig hier. Immer Menschen retten. Wer bin ich denn? No, no. Superman hier. So, jetzt lass mich da hin. Das Ding ist ein bisschen langsam, ne? Weil ich das Gefühl habe. Oh. Ach ja. Ich will zum Krankenhaus. 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 Ich will zum Krankenhaus. Ja, das will ich jetzt. Okay. Okay. Auf geht's hier. Ich sehe schon den Haltepunkt. Was? Auf einmal... Auf einmal sind wir direkt drüber, oder was? Hä? Oh. Fallen. Manchmal muss man sich einfach fallen lassen. Okay. Ich bin schon. 99 BRC2V0. 0.0. 3.0. 0.0. So. Stabilieren. Landen. Vorsichtig. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit da drauf. So. Landen. Und landen. Landen über Landen über Landen über Landen über Landen auch mit Landen ich glaube wir sind Prozent aber ich muss wenn er eine Perspektive das ist so schlimm wir müssen ein bisschen höher weil sonst kommen wir da nicht hin ok ok das reicht so so stabilisieren und jetzt können wir hier drauf landen ja so geht das fahr noch ein bisschen nach vorne noch ein bisschen nach vorne rum noch ein bisschen nach vorne und jetzt können wir stoppen perfekt und da sind wir wieder draußen was da ist noch mehr ich dachte ich bin fertig okay los wir müssen mehr retten mehr und mehr retten egal ob wir ein Tränkengel haben oder nicht oder ein Tränkengel oder ein Tränkengel oder ein Tränkengel oder ein Tränkengel so nice sind wir da wir können schon mal anfangen so ein bisschen zu stabilisieren ja 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 so so langsam können wir hier mal ein bisschen Kraft rausnehmen ein bisschen schneller landen vielleicht ein bisschen schneller landen vielleicht das ist mir zu schnell das ist mir zu stabilisieren so 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 wo seid ihr den hallo mädchen weil es die menschen dann will man die retten und dann und dann sind sie gar nicht da ja toll mädchen was seid ihr denn auch für idioten so 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 gleich sind wir da gleich haben wir so so ich glaube das war ein bisschen schnell nein nein passt das passt so jetzt robben wir uns noch ein bisschen nach da nein 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 ich dachte schon aber wir müssen mehr nach da nein los 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 bis hier mehr nach da und stopp jetzt können wir hier perfekt perfekt so steigt ein ich glaube ich sollte wirklich ein pilot werden ich hab das voll drauf das so 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 Das Spiel ist so spannend. es war ein menschen der er kommt jetzt alle ins kräftige dauer alle kräft sein ja 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 wir sind ja im land da ist das ok da ist das ok da können wir schon tanken klar haben also ich mach da drehen ein bisschen mehr landen einstabilisieren hier landen wir jetzt was ich hab doch schon was das ist nicht dein ernst ich war schon fertig mit der mission am arzt nein so dann werden wir jetzt noch ein bisschen das spaß haben Gott komm starte die Kacke hier jetzt geht's hier jetzt geht's hier los hier so was könnte man denn alles schönes hier machen den heli versenken das ist ja schon mal der anfang ja also den heli versenken das wird bestimmt lustig da kommen anbord von rt airlines ähm der sichersten airlines äh im worldwide-wets und ähm heute fliegt ein Betonkinder das heli gerät wie sie vielleicht schon bergte es sind nicht gut und jetzt versuchten wir sind aber viele schiffe versunken guckt euch das mal an wasser effekte da wird mir richtig schlecht ja ein bisschen ist dann fliegen können wir natürlich auch mehr ist das funktioniert bestimmt erst mal nach oben kommen ja so ist das schön ich bin gespannt wie weit hoch bekämpft mal gucken was ist denn die maximale bis zur entlichkeit und auch viel weiter wir werden jetzt gott den mittelfinger zeigen fallen wir ja ich glaube das ist die maximale dann wird zeit mal zu gucken ob wir vielleicht ein bisschen was machen können ich will die schrauben machen oder zumindest ein looping die was gerettet nein ok oh das ist einfach guck mal da sitzt sogar tatsächlich einer drin ist das kempden facken also ein kleines bock mehr auf eurem zu rennen facken kopp da ja 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 mal gucken zu fuß sind wir immer noch schneller als mit irgendwas anderem also ich will nicht angucken nein der telefoniert nee doch nicht hallo jetzt dreh die doch nicht so dieses alter guckt euch bitte dieses detaillierte auto an also damit würde ich gerne mal fahren aber leider ist das hier nicht der Kastenauto Fahrsimulator da müssen wir uns wahrscheinlich ein Patch zu legen beziehungsweise ein Addon kaufen können wir auch damit fliegen ach bitte komm schon komm schon ich guck aber mal ob man vielleicht äh ah die Musik ne ob man vielleicht noch was anderes auswählen kann so Mission wählen nein ich kann nur die wählen die ich freigeschaltet hab das ist ja richtig scheiße boah dann hat's ja nicht mal ne Story ähm was kann ich noch machen Flugstatistiken ne nichts anscheinend ich würde gern den fahren den Hipster ich will den Hipster oder den komm lass mich den fliegen so freier oh ja ich will frei fliegen wählen wir uns einen guten Helikopter komm boah den dürfen wir auch nicht nehmen den Protektor dann bleibt uns ja nur der hier ok freier Flug jetzt geht's hier ab ich hoffe die Musik ist da nicht so scheiß dramatisch es geht mir nämlich so grad so ein bisschen schon auf den Piss muss ich ganz ehrlich sagen also die Musik die die ist echt nicht toll gewählt und natürlich ist die auch in dem freien Flug dramatisch denn auch im freien Flug geht es um Menschenleben so ich bin gespannt was man alles entdecken kann wenn man denn nur will lo shiny ne he wär ja voll lustig das wäre das schönste Flug den ich je gemacht habe so mal gucken und es regnet immer noch oder wieder keine Ahnung schlecht zu sagen bei dem Partikel Effekt obwohl so sieht das eigentlich gar nicht so scheiße aus so 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 jetzt hier boah dieser diese Sonnen Effekte hier ne richtig geil also hier auf dem Hangar scheint es nichts mehr zu geben außer dass die Steuerung so ein bisschen schwammig ist aber ich kann hüpfen 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 ich weiß ja nicht warum kann ich eigentlich auch hier die Perspektive ändern ne nicht wirklich ich kann ich kann mit einem Knopf nach oben gucken aber mehr auch nicht und die Kamera kann sich automatisch stellen aber mehr auch nicht guck schon wieder ich glaube nicht dass mein Controller dann schuld ist das ne glaube ich nicht das kann nicht mein Controller sein so schön in der Indoor Cam jetzt haben wir gar keinen Körper mehr tragisch wir sind nur noch ein Kopf der hier festklebt so und wir können uns äh um 360 Grad drehen ich bin auf der Spitze des Berges und ich suche jetzt das Ende der Map genau das Ende der Welt wo ist das wo ist das noch ein bisschen geraten wir müssen auch Geschwindigkeit aufbauen und wie sieht das aus wir das Spiel braucht unbedingt ein Multiplayer also wer hat das hier gemacht spielt das hier irgendwo ne nicht wirklich also egal wer das entwickelt hat und ich wünsche mir in der Fortsetzung wünsche ich mir ne Multiplayer zu 5 spielbar mindestens zu 5 und dann geht die Action richtig los hier mit gegeneinander fliegen BÄM so langsam könnt auch mal äh wahrscheinlich gibt es dann äh nur noch ein Meer da guck mal dieses dunklere Meer das sieht nach dem Ende aus mal schauen mal schauen was passiert ich halte genau drauf zu ja das ist noch nicht das nach Ende okay ich bin gespannt wir fliehen von dieser Insel wir fliegen vom Golf oh das sieht nach Ende aus mal schauen mal schauen was passiert wir fliegen drüber du verlässt du verlässt das Mission fliege sofort zurück nope ich werde nicht zurückfliegen ihr könnt mich ich will die Welt entwecken und nichts kann mich aufhalten und nichts kann mich aufhalten und nichts kann mich aufhalten okay das ist dumm bis Ende obwohl immer besser als manch anderes mit unsichtbaren Wänden oder was auch immer und da unser Motor er gibt den Geist auf wir müssen wir Noten alle machen oh oh hoi ja ja das ist ähm physikalisch eigentlich sind wir gerade explodiert. Nur weil wir ins Wasser gefallen sind. Ach Gott. Ja! Wir haben ihn geglitscht. Die Grafiken sind weg. Ja! Die Grafiken sind weg. Oh. Schade, ich dachte, wir werden jetzt mit einem unsichtbaren Helikopter fliegen. Deshalb das Deal. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Können wir den da überfahren? Weil nicht, Motor! Ich will Menschen überfahren! So. Ist das überhaupt überfahren? Oder zermatscht man die einfach? So, genau. Brenner! Ah, Mann. Na, du? Cooler Boy, du. Kommst wohl direkt aus dem Farbingsimulator, ne? Ja, ja. So siehst du aus. Wer bist du? Na, guck mal. Jetzt können wir den verfolgen. Oh mein Gott, der hat uns bemerkt! Wie läuft der denn? Ja, ja, ich bin Topmodel. Oh ja, oh ja. Oh ja. Schuhe? Du hast Tauber-Schuhe, ne? Nein. Verstehst du auch, was ich sage? Hallo. Hallo, ich Mensch. Ich rede mit dir. Hallo. Kann ich dich ansprechen? Nein. Wieso lebst du eigentlich, weil man nicht mal mit dir interagieren kann? Traurig. Ah, aber rennt du dich immer noch am schnellsten. Weil ich hau war. Ich war wie ein Paufer. Und ich bin fertig. Mir fällt hier zu nichts mehr ein. Wir fliegen nochmal kurz. Wohin weiß ich nicht. Irgendwohin. Der Sonne entgegen. Obwohl, guck mal da oben, es gibt keine Sonne. Mensch, Mensch, Mensch. Was muss ein Mensch alles vertragen? Nein. Puff. Ja, okay. Nee, dann würde ich sagen, ähm, meine anderen Knöpfe machen auch nichts mehr. Außer springen kann ich hier nicht viel rennen. Ich würde einfach was sagen, das war's. Mal schauen, ob ich das im Endeffekt, äh, in 10 Minuten Part mache oder einfach in einem riesen Part zusammenschneide. Ihr werdet sehen. Ich auch. Und damit verabschiede ich mich. Oh, da ist es. beet mit mir in einem Moment. ěleble t-k, a. Da ist es.